Wenn Tiere auf die Straße laufen, kann es leider vorkommen, dass sie unter die Räder geraten. Das gilt auch für Haustiere, insbesondere Katzen. Darum erkläre ich euch in diesem Video, was ihr beachten müsst, wenn ihr ein Tier überfahren habt. Gleich vorweg, in diesem Video geht es vor allem um Unfälle mit Haustieren. Wollt ihr mehr zu Wildunfällen wissen, haben wir dazu schon ein eigenes Video für euch. Ihr findet es hier oben oder unten in der Videobeschreibung. In diesem Video klären wir, wie ihr euch verhalten müsst, wenn ihr ein Tier überfahren habt. Außerdem verrate ich euch, wer bei einem Autounfall mit einem Haustier haftet. Wie müsst ihr euch verhalten, wenn ihr ein Tier überfahren oder angefahren habt? Sofern es sich nicht um einen Wildunfall handelt, gilt erstmal keine grundsätzliche Meldepflicht. In vielen Fällen kann es aber trotzdem notwendig sein, die Polizei zu benachrichtigen. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn bei einem Unfall Personen verletzt wurden oder es zu Sachschäden kam. Liegt das Tier noch auf der Fahrbahn und gefährdet den Verkehr, könnt ihr versuchen, es selbst wegzuziehen. Ist das aber nicht möglich oder zu gefährlich, solltet ihr stattdessen die Polizei verständigen. Die kümmert sich dann darum, dass die Gefährdung beseitigt wird. Solltet das Tier verletzt sein und ihr fühlt euch unwohl dabei, euch selbst um es zu kümmern, solltet ihr ebenfalls die Polizei benachrichtigen. Tut ihr das nicht und lässt das Tier einfach liegen, könnt ihr wegen Tierquälerei angezeigt werden. Obendrein werden Haustiere im rechtlichen Sinne wie fremde Sachen behandelt. Wenn ihr eines verletzt, beschädigt ihr quasi fremdes Eigentum und deshalb solltet ihr einen Seuchenunfall melden. Sonst kann euch unter Umständen Unfallflucht vorgeworfen werden. Solche Anzeigen sind aber immer vom Einzelfall abhängig. Wenn ihr sicher seid, dass das Tier noch lebt und verletzt ist, könnt ihr versuchen, ihm selbst zu helfen. Dazu verpflichtet seid ihr aber nicht. Wenn ihr ihm helfen wollt, solltet ihr sicher gehen, euch nicht selbst in Gefahr zu bringen oder den übrigen Verkehr zu gefährden. Haltet deshalb wirklich nur an, wenn es sicher ist und schaltet die Warnblinkanlage ein. Zieht außerdem eure Warnweste an und stellt notfalls auch das Warndreieck auf. Hebt das verletzte Tier am besten nicht mit bloßen Händen auf. Zieht stattdessen Handschuhe an oder greift es mit einer Decke. Wollt ihr es mit eurem Auto transportieren, solltet ihr das nur mit einem geeigneten Behälter tun. Also zum Beispiel einem Korb oder Karton. Der ungesicherte Transport von Tieren im Auto ist verboten und kann die Fahrsicherheit beeinträchtigen. Solltet ihr euch in einer Wohngegend befinden, könnt ihr auch versuchen, den Besitzer des Tieres ausfindig zu machen. Immer vorausgesetzt, ihr habt ein Haustier angefahren. Dieser kann dann selbst dafür sorgen, dass sein Tier zu einem Tierarzt kommt. Eine weitere Option ist das Verständigen der Tiernotrettung. Wer haftet bei einem Unfall zwischen Auto und Haustier? Womit wir bei der Frage nach den Tierarztkosten wären. Solltet ihr ein Haustier überfahren, müsst ihr grundsätzlich nicht für dessen Behandlung aufkommen. Es liegt allein in der Verantwortung des Besitzers, sein Haustier vor Schaden zu bewahren. Darum muss er dafür sorgen, dass sein Tier nicht auf die Straße laufen kann, wo es nichts zu suchen hat. Wird es von einem Fahrzeug erfasst, hat er keinen Anspruch auf Schadensersatz. Das gilt auch für freilaufende Katzen. Und sollten durch den Zusammenstoß mit dem Tier noch andere Schäden entstanden sein, haftet in der Regel auch allein der Tierhalter. Sind zum Beispiel Schäden an eurem Auto entstanden oder habt ihr dabei ein anderes Fahrzeug toschiert, muss der Tierhalter dafür ebenfalls haften. Darum ist es wichtig, dass ihr den Unfall der Polizei meldet, damit ihr eine Unfallanzeige für eure Versicherung habt. Es kann vorkommen, dass euch eine Mitschuld zugesprochen wird und ihr anteilig für die Schäden haften müsst. Das ist aber nur dann der Fall, wenn ihr eine Verkehrsregel missachtet habt. Also zum Beispiel zu schnell gefahren seid. Denkt dabei an eine der Grundregeln der Straßenverkehrsordnung. Ihr müsst stets vorsichtig sein und euch immer so verhalten, dass keine Personen oder Sachen zu Schaden kommen. Wozu eben auch Tiere gehören. Konkret heißt das, hättet ihr den Zusammenstoß mit dem Tier vermeiden können. Wenn ihr etwas aufmerksamer gewesen wärt, gilt das bereits als Verletzung der Straßenverkehrsordnung. Und das kann es rechtfertigen, dass ihr eine Mitschuld tragt. Aber selbst dann muss der Tierhalter in den meisten Fällen für einen größeren Anteil der Schäden aufkommen als ihr. Das muss dann je nach Einzelfall von einem Gericht geklärt werden. Am besten ist es natürlich, wenn gar kein Tier unter die Räder kommt. Darum fahrt immer voll konzentriert und wenn ihr selbst Haustiere habt, haltet sie so gut wie möglich von der Straße fern. Seid ihr dank unserem Video jetzt schlauer, dann freuen wir uns über ein Like und einen Klick auf den Abo-Button. Bis zur nächsten Folge von Bußgeldkatalog.org.